Hey Leute, was geht? Es ist wieder Kaktus McCoy. Ich starte mal wieder, ich bin gerade im Hochladen und nach Kaktus McCoy habe ich mir vorgestellt, dass ich eventuell Strike Force Heroes erzählen werde. Aber wir machen erst mal dieses Projekt. Also wir starten wieder. Und wir sind jetzt bei Dead, the Rich, Wale, Wale und Stark. Oh Mann, das sieht doch ein Mosel. Ah geil, das habe ich mir auf meinem Tuxi. Gehen wir weiter, ich gehe mal weiter. Ich starte gerade hier. Der Pflameffer. Das ist auch immer gleich nach oben. Können wir das fertig machen. Aber ich mache das halt ein bisschen leise, das war ein bisschen übertrieben. So laut. Oh, jetzt erst mal eine Minigun. Jetzt mal, bis es weg ist und jetzt fallen lassen. Oh. Boah. So einfach geht es. Der Rambo ist. Oh, der hat mich getroffen. Oh. Am Fernwessel wird ich nicht benutzen. Das wird das benutzen. Ist im Stiss. Okay, wir werfen es mal. Was? Hey, ist gut die Waffe. Schleppig Luchzen. Okay, wir haben ihn jetzt. Und wir gehen jetzt mal schnell weiter. Ja. Oh. Paar. Schwert nehmen. Das wird ich gar nicht. Auf jeden Fall viel mehr Waffen. Im Intro wird ich beschrieben so 10 Stunden. Es waren noch nicht mal 10 Stunden. Wahrscheinlich nur 2 Stunden vielleicht. oder 2 Stunden. Oh, der hat mich getroffen. Oh, der hat mich gut abgeworfen. So, der Sack. Ach, komm. Hast du nichts besseres zu tun? Nein. Ey. Schwierer. Kacki kann man auch nicht. Oh, ich bringe ich jetzt gleich. Komm. Was? Oh, klar. Jetzt, ich kann mein ganzes Leben. Ich geh jetzt weg. Oh. Toller Versuch, was soll es bringen? Oh, das war auch toll. Jetzt räuch ich mir alle aus. In dem Jump Run ist es ein Flammwerfer richtig guterbar. denen Besucher bringt gar nichts. Das sind die Office in der Welt. Die Welt mit der Company. Die. Die. Die, die ich den City von Vietnam hatte. Der war echt für nichts da. Ich habe es noch nicht gegeben. Wir haben die Welt mitge circles. Schlamina ist mein Plan. Der erste. Und stirb. in er ist man die Sänze und weiter jetzt wir jumpen wieder hoch oh jetzt bin ich verbrauchen oh jetzt bin ich noch mal hier verbrauchen oh ich hab mich so gefreut wo ich immer so viele Avisiere habe aber da kann ich mich nicht freuen Minigun Minigun das ist die beste Waffe Hi Perfekt Tschüss Hi Was geht da? Jetzt mal weiter Oh 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 da das haben wir Ich glaube ich das ist das andere Teil Ja glaub ich das war nicht Oh Aber ich will nichts Oh Oh das ist nicht so gut Ok jetzt schnell Oh Oh verdammt Oh 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 so ein Schreckfussi da ballt mich noch jemand ab du bist kein das lässt er echt nicht tun dürfen jetzt siehst du was vielleicht passiert ich könnte ihm noch länger folgen ne lernt ich nicht physikalisch unmöglich schnitt 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 ziemlich so was von einem schnitt 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 ok du bist ein ja jetzt hast du es ja nein ja geschafft hoch jump laufen stage um was da schnitt 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 kompromiss kompromiss schnitt 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 okay wir haben die Mission jetzt war sehr wenig ein relativ kleines Level und wir upgraden uns schon wieder auf Punching und die nächste Mission ist Sanse Gulch dann sind es nur noch drei Missionen und spenden diesen Part gleich geht es weiter mit Sanse Gulch und werden es wahrscheinlich heute oder morgen ne heute oder Mittwoch fertig machen bis gleich